Ah, jetzt ist aber die Tür auf. Gut, 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 gut. So, was haben wir? Ah, ja, gut, da. Oh, nein, ich wusste es. Komm, ich hab euch da vorhin schon umgebracht. Warum kommt ihr da jetzt nochmal? Ja, da kann ich da jetzt durch. Ui, was haben wir da? So eine Fackel. Ja, gut, äh, ich müsste das ja eigentlich anbrennen können. Ja, jetzt brennt's. Und ab da hoch. Aber ich hab keinen Bock, dass es gleich ausgeht. Äh, nein! Ah, scheiße. Oh, sag nicht, ich hab... Ah, gut, ich hab noch die Acoustic. Ach, warte. Huh, okay. Noch ein Versuch. Weil, wenn wir jetzt scheitern, müssen wir uns noch einen Stick holen. Oder ein paar. Hoffentlich gibt's dann noch welche. Und lauf. Okay, nein! Oh, schon wieder an derselben fucking Stelle, ey. Oh, scheiße. Jetzt haben wir keinen mehr. Äh. Ah, die hatten wir aber aus dieser Tür, wa? Ei, jo. Ei. Mach a... Äh. Gut, äh. Euch darf ich dann auch nochmal umbringen, oder was? Ich geh... Ich geh... Ach. Gut, äh. Lass denn wir uns nochmal damit rumquälen? Uh. Okay. Schneller. Schneller jetzt. Nein! Oh, Mann! Oh, das gibt's doch nicht, ey. Fuck. Also, langsam geht mir das auf den Pies. Aber es soll natürlich, äh, auch ein bisschen Anspruch sein, ne? Ist ja... Äh, bei jedem Zelda-Spiel so, ne? Und wir sollen ja hier auch das richtige Zelda... Feeling kriegen. Boah. Use the Deko-Stick to light the torch. Ja, das habe ich, äh, die ganze Zeit versucht, Freundchen. Mit der Sonne. Freundchen der Sonne, ne? Mit der Sonne? Egal. Holen wir uns hier nochmal zwei Sticks. Boah, wie das kommen die Kackviecher jetzt hier nicht, ey. Ah, ich darf's nochmal probieren. Jetzt ist aber mal gut, jetzt muss ich's doch mal schaffen hier. Sonst muss ich hier ausrasten. Und das, äh, ist doof. Oh. Sauber und schnell, sonst geht er gleich aus. Jawoll! Gut. Ui, da kommen die Ranken runter. Da müssen wir anscheinend jetzt drüber. Das haben wir dann geschafft. Und jetzt noch zurück. Ich bin echt zu blöd dafür, aber dafür, äh, sind da jetzt noch die Ranken da. Ups. Ah, ich wusste, dass es kommt. Ah. Ah. Okay, äh, rennen können wir nicht. Mh. Ah. Ganz ruhig. Mh. Kacke. Das hat nicht funktioniert. Oh. Gut. Da sind wir rübergekommen. Oh, was haben wir hier? Erstmal Treppchen. Alter, was ist das denn für eine fehlige Treppe? Oh. Oh. Da muss man sich ja voll Mühe geben, da hoch zu gehen. Okay. Oh. Oh. Oh, ich und meine Springskills, ey. Das ist schon immer feierlich. Haha. Ah. Kommt ihr nicht drüber. Ihr müsst sterben. Ah, jetzt. Komm. Mh. Mh. Ah. So, und jetzt. Geronimo. Jawoll. Boah, ich springe rum wie so ein Floh. Uff. Das Dreigen. Ah. Komm ich da so drüber, oder muss ich es hier drüber machen? Ui. Gut, das haben wir. In, äh, Spider. Mr... Stir... Stirb. Och. Gut, äh, hier haben wir ein Tr....trueh, Tr Herrchen. Ui. Wir haben den Boss-Kee. Habt ihr die Musik da gehört? Immer wenn ich den hier in meine Ablage reinpacke? Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü, too-Tü-Tü-Tü... Haha, wie geil. So, äh, mehr war da ja jetzt auch nicht drin, also kann ich ja wieder zurück. Dann zu meinem ersten Boss-Battle, äh, ob ich hier nicht sterbe, wenn ich runterspringe? Nee, gut. Oho. Ah, jetzt darf ich aber wieder rüber, wa? Ge-wo-oh. Oh, geschafft. Und bam, Headshot. Äh, wo war das denn jetzt nochmal? Ähm, nee, das war nicht da. Sag mal... War das nicht hier runter oder so? Ich hab doch alle von den Viechern jetzt hier umgebracht. Hallo! Nach, fuck you, ich geh jetzt einfach nochmal zurück. Oh! Da war der Letzte. Gut, äh, dann kann ich ja doch nochmal runter. Oh. Ja, da haben wir's doch. Da haben wir's. Hat da, hat da. Oh, zup. Oh, daran muss ich mich aber erstmal gewöhnen. So, herzlich willkommen, lieber Schlüssel. Oh, jetzt, äh... Boss-Key verheißt schon da... Äh, warum... ...stürzt jetzt die FPS-Anzahl so weit runter wegen diesen Treppen hier, oder was? Oh, was soll der Scheiß denn? So, äh, jetzt ist es wieder... Okay. Aber jetzt sind wir in einem Raum voll mit Gegnern. Und direkt auch schon die Musik dazu. Aber ich mach lieber erst einmal den Großen fertig. Obwohl die Kleinen ja auch schon deftig sacken. Nein. Fuck. Stirb. Oh nein. Nein, nein, nein. Oh gut, den ersten haben wir schon. So ein Herz, das könnte ich doch schon mal gebrauchen. Boah, jetzt stirbt doch mal endlich. Jawoll. Oh, was ist... Was ist das? Oh mein Gott, äh. Das ist wahrscheinlich dann unser Endboss. Okay. Uiuiui, äh, das ist ja mal... Echt, nein! Oh, jetzt darf ich's nochmal machen. Scheiße! Egal. Dann probier ich's halt nochmal. Von de Neu. Ah, da kommen sie wieder von hinten. Die Schuchte. Oh, was, was, was ist das denn jetzt hier, ey? Ah. Das sagt doch mal extrem. Oh mein Gott, ey. Ich schaff das einfach nicht. Ich bin viel zu blöd. So, Herzchen. Äh, ich bin dafür, dass jetzt hier der Endboss kommt. Oder, äh, soll ich nochmal reinkommen? Ah, okay. Okay. Boah. Boah, es wär immer krass, wenn wir dann hier mit den ersten Dungeons schon abgeschlossen hätten. Okay, jetzt kommen die Skelette. Oh, haha. Wo seid ihr? Ey, ihr fucking Teile, Alter. Boah, ihr kriegt einen auf den Arsch, Alter. So, das... Ne? So. In your face. Ah. Gut, jetzt wo der Endboss kommt. Alter, wie viel Leben hat er mir gezogen? Oha. Okay. Wie gut, dass ich das Spiel auf Easy spiele, ja? So, jetzt... Ja! Jawoll. Oh, da sehen wir erstmal Link. Ja, shake your head. Come on, shake your balalalala, balalalala. Jawoll, wir haben den ersten Dungeon... Äh, gut, was haben wir denn hier? Oh, ein Herzcontainer. Jetzt können wir bis zu vier Herzen aufnehmen. Und ein Schlüssel. Ja, ich glaub, wir können uns hier teleportieren und... Yay! Oh! Okay, der kann seinen Kopf so weit drehen wie so eine Eule. Ey! Gut, äh, wir haben den ersten Dungeon... ...geschafft. Und haben dafür... ...den Schlüssel bekommen, den wir jetzt, glaub ich, für den nächsten Dungeon brauchen. Dö, 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 dö. War doch schon mal geil, der Dungeon Nummer 1. Also, ich fand's echt cool. Ah. Ah, ey, Leute, ich glaub, morgen ist Schule, ne? Kann das sein? Fuck. Also, am Mittwoch. Oh, da hab ich null Bock drauf. Auf Schule, ey, das... Ah, gehen wir so auf den Piss. So, äh, hier würden wir dann in den nächsten Dungeon kommen. Und ich mach hier mal ne kleine Recording-Pause. Und wir sehen uns. Ciao!